willkommen zurück zu let's play ww mit unseren horde jäger ja da werden auch schon angegriffen gut ihr habt gerade mein intro unterbrochen das finde ich nicht nett von euch wir sind immer noch dabei die aufgaben von den lord des todes zu erledigen und was denn noch ja und die zusatzaufgabe so ich muss zuerst etwas anvisieren dass wir brauchen noch wir brauchen noch ein bisschen ich brauche noch diese komischen blutdinger also müssen wir euch besiegen da hinten im wasser und das ist zu weit entfernt ist irgendwas die mitte mäßig ist es bleibt mir nicht an stellen wir das mal haben wir die zehn prozent voll sehr schön und jetzt auch noch eine aufgabe bist du wir gehen gleich hin und helfen mir mal kleiner die sollen auch noch zerstören okay hilft ihre mutter zu finden okay dann gehen wir gleich in den tempel und suchen deine mutter die kleine hat recht ihre mutter ist findet die abhandene mutter und bringt sie zusammen jawohl machen wir gleich erst mal jetzt sind wir uns ja durch und dann ist hier da ist eine pflanze so dann geht es hier weiter ich brauche nur auch da hinten ist ein schatz den holen wir uns natürlich auch da ist der meister von diesem land schon bald wird die macht der töricht über uns an die dänen ach was erzählst du denn da der wird der kannadien hier so rüber hier können wir das schnell zerstören sehr schön das ist noch nicht das ende ich habe kein ziel so was haben wir so da stellen wir es das letzte besser vorne dann irgendwo noch der schatz das holen wir uns auf jeden fall auch noch da kommen wir mal ein paar zusammen hier unser tier ist tot habe ich gleich drauf an ich brauche ein ziel so so und jetzt sehen wir dich auch noch mal schnell hier heilung für unser tier und anscheinend doch ganz schön rein so kam auch zerstört so und dann gucken wir mal hier noch von euch brauchen wir auch noch was hier ist doch ich musste jetzt ein schön visieren ich habe kein ziel so gucken wir mal jetzt endlich mal das letzte kriegen was wir noch brauchen dann müssen wir die gleich hinter uns noch looten ich muss zuerst etwas anvisieren so sehr schön die aufgabe haben abgeschlossen dann gucken wir mal wo sich die truhe versteckt ist die im haus ja ja natürlich dann gehen wir hier mal rein wir gehen wir gehen da auch nicht hören ich weiß nicht wie wir da reinkommen hier ist ein kraut gucken wir mal auf der rückseite ob wir da reinkommen ich glaube irgendwie kommen wir da rein aber ich weiß nicht wie wo soll denn hier eine kiste sein ach so hier kommt man bestimmt rein hier hoch hier lang dann ist hier bestimmt eine kiste sag ich doch guten tag danke danke für die kiste jetzt gehen wir mal wieder raus so hoch mit dir was haben wir denn hier noch was muss man denn hier machen ich bin jetzt schon viel zu lange herum in dieser welt bitte ich lehre euch an bringt mir ein andenken die mutter finden das ist okay ich habe ja gar kein tier das ist schon wieder weg so hier unten an denken wo soll ich das denn her holen so gucken wir mal hier runter die priester da drin stinkt nach alten würmern nee da ist mutter bestimmt nicht egal wir gehen hier trotzdem wollen weil ich hier was machen muss so sagt den erledigen wir mal schnell da steht uns im weg die meisten namen von den gegnern die kann man hier gar nicht aussprechen ich brauche ein ziel so und dann können wir das andenken hierhin stellen so das haben wir und dann suchen wir jetzt die mama wo könnte die mama sein da ganz hinten ok äh da unten nochmal auf ach da unten bestimmt ja ich gehe doch schon vor so und da schafft man bestimmt noch die level 118 heute das ist sehr schön ich habe kein ziel so ich glaube ich bin fast da mutter wo bist du ich kann dieses ziel nicht angreifen dass die schelette noch besiegen ich muss näher heran öffnen wir mal den sarg da ist doch die mutter hat dich gefunden mutter das verfluchtes kind hat mir nicht austausch gegen meine seele ewiges leben versprochen ok was ist denn jetzt los ach die hat ihre tochter geopfert für ewiges leben ne das ist ja eine jetzt sind mutter und ich zusammen für immer ja richtig so ja mutter hat einen fehler gemacht aber ich vergeb ihr jetzt können wir den rest der ewigkeit zusammen auf der anderen seite verbringen ich hoffe mutter und ich sehe euch mal wieder ja tschüss ne viel spaß mit deiner komischen mutter hm man 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 diese mutter heutzutage so und dann können wir nicht alle aufgaben abgeben wir haben die eine gehen wir da vorne und dann haben wir vierte abzugeben das ist sehr schön so so na lauf uns ruhig hinterher und totstellen du kriegst ein ring wieder das ist meine mächtige seele der alte bursam die fühlt sich richtig beflügelt ja meine macht wächst so und ich töten zu weit entfernt ich habe ich vorhin schon gesehen deswegen ist diese fähigkeit ist noch nicht bereit das auch noch ein kraut dahinter das ist sehr schön das wollen wir uns natürlich auch ich muss näher heran aber zwei kräuter ich bin außer reichweite sehr schön da sind wir level 118 und wir sollen wir zu pestrufen natürlich mal gucken was er mit uns wieder vor hat und dann müssen wir den großen looten bevor er wieder kommt und dann gehen wir schon auf die level 119 zu gut es dauert noch ein bisschen so jetzt looten wir dich noch schnell und dann können wir die vier aufgaben abgeben und dann sind wir auch schon wieder am ende sehr schön ja das können wir anziehen und aufmonten so dann gehen wir jetzt noch schnell die aufgaben ab hast du auch die richtigen nein ich möchte die gern abgeben ja komm das pflänzlein nehmen wir noch mit sind halt mal 4000 erfahrungspunkte ich habe den falschen so jetzt gehen wir mal schnell noch die aufgabe ab müssen wir mal wieder in tempel rein so hier lang totstellen ist wieder ready dann gehen wir mal zum lord des todes wieder hier rein ich kann seinen namen sowieso nicht aussprechen und zack so da ist er und dann können wir alle vier aufgaben direkt bei dir abgeben hallo 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 ha 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 wollt ihr in handel eingehen ne mit dir machen wir kein handel 66 dann nehmen wir das natürlich so sprecht mir mal im hofe und schließt das ritual ab okay ein stab und ein bogen der ist sogar besser kunst von barou sofort beim töten eines gegners besteht eine chance das packt mit ausgehört ein fluch der nach vier sekunden explodiert und alle gegner früher oder später kommt zum hof der seelen es ist an der zeit dass wir unseren packt abschließen na komm das machen wir noch mit dem packt dann haben wir was schönes wo ist er denn da unten ok wo ist er denn der lord des todes da ist er bei dem auch noch mal so ein schönes sehr schön das reicht so was führt euch zum der ruine ihr seht wie ein schlaues mädchen aus und trotzdem unterbrecht ihr mich in meinem eigenen tempel ich gebe euch eine chance euch dem blutgott zu unterwerfen gebt auf oder sterbt keine da von sam die rumkommandieren ihr glaubt also ihr könnt euch mir entgegen stellen wicht große worte aber auf euch wartet dasselbe schicksal wie auf alle die sich garun verweigern erhebt euch diener und vernichtet den törichten lohr champion ich brauche ein ziel schnappt euch die hexe eure seele für mein meister eure seele für garun na komm die hexe die ist nicht stark gewährt mir eure gabe schluss ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren diesen kampf gewinnt ihr aber ihr könnt euch nicht ewig verstecken sobald ihr rauskommt sterbt ihr ich glaube nicht eine dreistigkeit eine dreistigkeit ein angriff auf mein tempel auf mich das wird ihnen noch leid tun das glaube ich auch sowas von leid so reist zum ruin von und sprecht mit kusch vergesst unsere abmachung bloß nicht nein wollen wir nicht das machen wir so aber ich sage euch danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge ihr wisst immer um 10 außer sonntags und samstags kommt eventuell keine folge aber sonst von montag bis freitag immer um 10 uhr ich danke fürs zuschauen wir sehen uns morgen wieder auf wiedersehen tschüss tschüss